Niklas, ich bin die trübste Tasse im Betrieb. Das Schlusslicht, der Totalausfall. Unsinn. Du bist ein total solider Mitarbeiter. Ich kenn dich. Ja, das musst du mir nicht sagen. Aber der Chef behauptet etwas anderes. Der hält dich für einen Low-Performer. Und kündigen will er auch. Käse, das geht nicht. Ja, du schuldest keine Höchstleistung. Du kannst das Schlusslicht sein. Du musst nur all das tun, was du halt tun kannst. Du schöpfst deine Leistungsfähigkeit voll aus. Echt jetzt? Das sagst du als Anwalt? Ich sag's nicht als Stumpfnasenaffe. Ernsthaft, du musst nur aufpassen, dass du nicht nochmal ein Drittel hinter deinen Kollegen, die mit dir vergleichbar sind, zurückbleibst. Dann ist alles okay. Und der Chef muss auch einiges tun, um mich als Low-Performer zu retten? Exakt. Nicht schlecht. Niklas, darf ich dir was verraten? Ja. Das wusste ich alles schon. Vom Kanal der WAF. Ist nicht wahr, oder? Doch. Was für eine trübe Tasse. Feuern! Was für eine trübe Tasse? Vielen Dank.